Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Dein Podcast mit alltagstauglichen Tipps und Impulsen für dein persönliches Wachstum. Wert schenken und was das über dich aussagt. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan mit seinem Kaffee. Okay. Und heute möchte ich mal Danke sagen. Danke, dass du zuhörst. Danke, dass du meine Podcasts hörst. Das musst du nicht. Und dass du mir deine Zeit schenkst, das finde ich toll. Das macht mich auch ein wenig stolz, muss ich sagen. Ja, wie komme ich denn heute auf dieses Thema Wert schenken? Ja, an sich kann ich es auch mal anders ausdrücken. Wert schätzen oder respektieren. Und ich komme darauf, weil ich am Freitag, heute Sonntag, wo ich den Podcast aufnehme, also am Freitag war ich bei einem Gruppentreffen von einer Internetplattform und da hat ein Freund von mir, der Dirk Oliver Lange, der auch Coach ist, ein ganz, ganz toller Coach ist, der hat eine Gruppe ins Leben gerufen mit dem Namen, ich glaube, was willst du wirklich in deinem Leben? Und da treffen sich dann halt regelmäßig die Menschen und reden einfach über ihre Projekte oder über das, was sie erreichen wollen in ihrem Leben und unterstützen sich dann auch. Oder es ist auf jeden Fall das Ziel, es war, glaube ich, das dritte oder vierte Treffen, es ist das Ziel dieser Gruppe, dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen. Und ich finde das eine ganz tolle Idee vom Dirk Oliver. Das muss ich einfach mal hier so sagen. Und am Freitag, am Freitag ging es um Wertschätzung. Und wir haben uns darüber unterhalten, was das denn so ist. Und das nehme ich heute zum Anlass, ja, mal einen Podcast zu machen über das Thema Wert schenken, Wert schätzen, respektieren. Nun, dazu müssen wir ja erstmal wissen, was so Wertschätzung ist. Und Wertschätzung ist grundsätzlich eine positive Bewertung eines anderen Menschen. Und das unabhängig von seinem Verhalten. Vielleicht, vielleicht kennst du das, ja, wie soll ich das sagen? Ich wollte jetzt sagen, unter dem Namen Respekt, das habe ich ja eben schon gesagt, habe ich mir vorgegriffen. Ich gucke jetzt nach meinem roten Faden. Also, ja, das passiert mir dann manchmal auch. Also, Respekt und Wertschätzung bedeutet, die Werte anzuerkennen und zu respektieren von anderen Menschen. Und jeder Mensch hat wertvolle Werte für andere und für sich auch. Denn für jeden Menschen gilt auch die Aussage meines Podcastes, ich glaube an dich. Jeder Mensch macht seine Umgebung ein wenig heller, etwas bunter, freundlicher anderen Menschen gegenüber. Vielleicht in einem Moment, wo er etwas tut, was dich irgendwie stört, macht er vielleicht dein Leben gerade nicht heller. Doch es geht erstmal darum, anzuerkennen, dass jeder Mensch, ja, wertvoll ist. Und diese Wertschätzung oder der Respekt setzt ja immer so eine gewisse Bedingungslosigkeit voraus. Und da gebe ich ganz offen zu, das ist nicht immer leicht. Ich beobachte immer wieder Menschen, denen es nicht gelingt, andere Menschen wertzuschätzen. Ob das in einem Unternehmen ist oder im normalen Alltag. Also, wenn ich in einen Bus einsteige und ich sehe, da läuft noch einer und, ja, ich brauche nur auf den Knopf drinnen zu drücken, dass diese Tür aufgeht. Das funktioniert bei den Bussen in Hamburg, ohne dass man der Fahrer sein muss. Und lass den nochmal rein oder ich biete jemandem meinen Platz an. Oder einfach auch als Chef eines Unternehmens oder eines Teams, dass ich mal meine Mitarbeiter wertschätze. Denn das, was die Menschen füreinander tun, auch auf Arbeitsplätzen, ist ja nicht immer normal. Leider wird ja heute immer wieder vorausgesetzt, dass die Menschen mehr tun müssen, damit sie überhaupt anerkannt werden. Und ich finde das eine ganz, ganz blöde Entwicklung in unserem Leben. Warum fällt es Menschen so schwer, andere Menschen wertzuschätzen? Naja, einer der Hauptgründe liegt darin, dass sie sich selber nicht genug wertschätzen oder respektieren. Denn Selbstachtung und ein Selbstwertgefühl sind eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, andere Menschen zu akzeptieren. Wenn du dich also selber in deinem Wert schätzt, machst du das ganz automatisch auch bei anderen Menschen. Paradoxerweise kannst du deinen Selbstwert ganz einfach steigern, indem du gut mit anderen Menschen umgehst. Ich habe in einem anderen Podcast davon erzählt, dass dein Gehirn keinen Unterschied macht, ob du von dir oder anderen Menschen sprichst. Und in dem Fall habe ich, glaube ich, darüber gesprochen mit Beleidigungen. Also wenn du andere Menschen beleidigst, beleidigst du an sich unbewusst dich selbst. Und jetzt kannst du natürlich mal überlegen, wie häufig du das vielleicht tust. Also wenn du, drehen wir es um, wenn du jemandem ein Kompliment machst, machst du dir unbewusst auch eins. Für die nächste Woche habe ich einen Impuls für dich oder für die nächste eine Woche oder vielleicht einen Monat. Du kannst das natürlich auch immer weiter so machen. Mach den Menschen in deiner Umgebung doch mal viele ehrliche Komplimente. Lobe andere Menschen. Bedank dich mehr. Höre anderen aktiv zu. Schenke Menschen deine Zeit. Schenke so häufig wie möglich ein Lächeln. Erkenne mal an, dass dein Gegenüber wertvoll ist. Und sei doch mal aufmerksam. Und wenn du das Ganze noch, ja, wenn du dem Ganzen noch einen draufsetzen willst, dann ergänze diese Liste, die ich doch gerade gesagt habe, um zehn weitere Punkte. So trainierst du eine gesunde Wertschätzung und wächst ganz automatisch in deiner Persönlichkeit. Du wirst dich viel leichter, ja, du wirst viel leichter alle deine Stärken und auch deine Schwächen annehmen. Du wirst mehr auf deine Stärken schauen und dir viel weniger deine Schwächen vorwerfen. Ganz automatisch passiert dann Folgendes in der Zukunft. Du wirst viel respektvoller mit dir umgehen und ganz automatisch mit anderen. Und die anderen werden ganz automatisch viel respektvoller mit dir umgehen. Und die, die es dann immer noch nicht tun, nun, die sind es dann nicht wert, tatsächlich, dass du dein Leben, deine Lebenszeit, ja, für sie aufbringst. Und dann wächst dein Wert, dein Selbstwert ganz automatisch. Denn du wirst sehen und spüren, wer es wert ist, ja, von dir vielleicht auch mal erleuchtet zu werden. Also erleuchtet nicht als Guru, sondern, na, dass du seine Welt schöner machst und dass du deine Zeit für ihn einsetzt. Denn, ganz ehrlich, du musst das nicht für jeden Menschen tun. Ja. Also, ich wünsche dir eine sehr respektvolle Woche, eine sehr wertschätzende Woche und, ja, ein tolles Training für deinen Selbstwert, dass er sich steigert. Und du kannst mir ja gerne deine Erfahrungen einfach mal schreiben. So, für heute bin ich fertig und, ja, mir bleibt nur noch zu sagen, danke, dass du auch heute zugehört hast. Und ich würde mich freuen, wenn du mir, ja, eine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes gibst, wenn du meinen Podcast teilst, mit Menschen darüber sprichst, zusammen mit ihnen übst, so und so die paar Tools, die ich dann ab und zu da so reinbringe. Ja, oder, dass du einfach mal mir ein Feedback gibst. Ich freue mich über jede Mail. Ja, also, bis dann, der Jan.